Der Mediamarkt in Hückelhoven ist ja immer für eine Überraschung gut. Jetzt kam uns allerdings eine Information zu Ohren, die so unglaublich klingt, dass wir uns das einmal genauer anschauen wollten. Wer etwas Geschick im Umgang mit dem Fußball beweist, kann bis zum 11.06. seinen Einkauf zum Nulltarif mitnehmen. Der Schuss auf die Torwand direkt nach dem Einkauf muss einfach nur sitzen. Die Aktion von mir macht Hückelhoven sehr gut. Man hat die Chance, nahe sein Geld nach dem Preis wieder rauszukommen, wie Sie gerade sehen. Da hat einer getroffen. Freut mich für die Person. Also ich finde die Aktion gut, dass man hier seinen Gewinn schön feiern kann mit ganz vielen Menschen und das der ganzen Welt teilen kann, dass man ein großes Geschenk hier von Mediamarkt bekommen hat. Das ist jetzt hier 199 gewonnen und hier auf dieses Tablett für meine Tochter. Ich habe das heute mit an Facebook gelesen bei einem Freund, der hatte sich einen Laptop geschossen. Und dann habe ich gedacht, weil der kann ich schon lange. Da ich sowieso ein neues Handy brauchte, habe ich dann gedacht, komm, probieren kannst es. Und dann hat es geklappt. 55, 55, 55. Hier geht Kohle raus. Hier geht Kohle raus. Hier geht Kohle raus. Juhu! Und eine Unterschrift bitte. So, dass wir die Waren ziehen. Wie geil ist das denn? He hee he HE! He he he! He he! Meille! Der Schupp one my! He he he! Ich finde die Aktion super, nur ich kann selber nicht gut Fußball spielen, aber es haben schon viele Leute gewonnen, also eher so kleine Kinder. Ich finde es sehr spannend, hier mit zu fiebern, weil es macht auch ziemlich Spaß, Leute zu sehen, wenn die was gewinnen. Ich finde die Aktion auch richtig gut, weil es gewinnt auch richtig viele hier und auch meistens die kleinen Kinder. Das ist alles ganz einfach, man muss sich den Ball dahin legen, man muss sich konzentrieren, weil das Letzte ist natürlich, dass man sich jetzt irgendwie nervös machen lassen darf, zum Beispiel von der Kamera oder sowas. Das passiert mir nie, grundsätzlich nicht. Ich bin die Ruhe selbst, ich werde jetzt ganz cool Anlauf nehmen und dann ganz cool daneben schießen. Okay. Ich freue mich ziemlich, ich habe jetzt gerade hier beim Torrandschießen das Radio gewonnen, also was heißt das Radio, den Kaufpreis wieder zurückgewonnen, weil ich getroffen habe. So, die Dame, einmal zu den netten Herren hier, anmelden, schießen und hoffentlich gewinnen. Also ich finde es auch gut, dass hier Leute, wenn sie was kaufen, nach einem Schuss ihr Geld zurückbekommen. Das finde ich eine sehr gute Aktion von Mediamarkt und deswegen kaufen auch in den Tagen bestimmt auch viel mehr Leute ein.